Hallo, herzlich willkommen in Kirchheim, besser gesagt im kleineren Ortsteil Gau-Büttelbrunn. Hier bin ich, Thomas Haaf, geboren und lebe seit 33 Jahren hier. Hier bin ich ehrenamtlich engagiert und in mehreren Vereinen als Vorsitzender aktiv. Und hier arbeite ich auch, seit 13 Jahren im elterlichen Familienbetrieb, den ich vor zwei Jahren mit meinen Brüdern übernommen habe. Wirtschaftliches Denken und Unternehmergeist möchte ich in den Kreistag mitbringen. Da bin ich nicht nur auf der Arbeit, sondern auch in der Politik große Brocken bewegen kann. Deshalb drei Stimmen für Thomas Haaf und drei Stimmen für die Kandidatinnen und Kandidaten der Jungen Union. Danke!